Ich werde einen Anschlag verüben. Ich werde ein Flugzeug angreifen. Was war die Todesursache? Frau Ministerin! Die Leute, die Passagiere in diesem Flugzeug. Ich will, dass sie sterben. Lassen Sie mich gefährlichst! Aufgrund eines Terroranschlags wurde Ihnen die Landerlaubnis verwehrt. Bis auf Weiteres ist es Ihnen nicht erlaubt, irgendwo zu landen. Ist es Ihnen nicht erlaubt, irgendwo zu landen? 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 Bitte schneiden Sie sich an. Das ist ein Flugzeug. Bitte schneiden Sie sich an. Untertitelung des ZDF, 2020